Grüß Gott, ich hätte bitte gern ein Spiel für meinen Sohn. Er hat einen Atari. Was soll's denn sein? Oh, irgendwas mit Aliens, aber nicht so brutal. Es ist noch ein Kind. Habt ihr vielleicht irgendwas von Star Wars? Star Wars ist leider aus, aber in unserem Lager haben wir noch ein paar Stücke von E.T. Oh, E.T. Der Film war super. Dann hätte ich bitte gern das. Okay, ich bin gleich wieder da. Ey, Stefan, bring mir mal die Schaufel. Ich muss kurz ins Außenlager E.T. ausgraben. Grüß euch zu Folge 11 von Retolog, dem Monolog über alte Videospiele. Heute bin ich nicht ganz allein. Neben mir sitzt Mario, mein Kater, der mich gerade ziemlich verstört anschaut. Okay, vielleicht ist doch nicht mit so viel Unterstützung von ihm zu rechnen. Heute geht's um E.T., das für den Atari 2600. Es ist wirklich das schlechteste Spiel aller Zeiten und hat es mit Schuld am Videospiele-Crash Anfang der 80er. Kann sein, dass das Spiel sogar schlechter als Pitfighter ist. Naja, ihr werdet es rausfinden im Laufe dieser Folge. E.T., the Extraterrestrial von Atari, kam für den Atari im Dezember 1982 heraus und kann nur allein gespielt werden. Programmiert wurde es von Howard Scott Warschau, der bereits Jaws Revenge und das Spiel zu Jäger des verlorenen Schatzes programmiert hat. Allerdings hatte er nur 5 Wochen Zeit für E.T., was nicht wirklich die besten Voraussetzungen sind, um ein geniales Spiel zu schaffen. Okay, scheint so, als hätte ich ihm schon zu viel geredet. Mario ist weg und maunst mich an. Okay, weiter im Text. Ich habe E.T., the Extraterrestrial, früher nie gespielt. Ich hatte es wirklich erstmalig live im Zuge der Recherche vor mir. Ich hatte also keine Ahnung, auf was ich mich eingelassen habe. Nachdem ich mir die Überraschung nicht verderben wollte, habe ich keinerlei Vorinformationen eingeholt. Ich weiß natürlich, dass E.T. extrem verschrien ist, aber was in Richtung Gameplay angeht, habe ich mich überhaupt nicht schlau gemacht. Ich habe es einfach einmal gespielt, was allerdings nicht die beste Idee war. Denn die erste Runde habe ich relativ schnell wieder abgebrochen, weil ich keine Ahnung hatte, was ich überhaupt machen sollte und was diese seltsamen kryptischen Symbole am oberen Bildschirmrand zu bedeuten haben. Also habe ich mir erstmal doch lieber die Anleitung durchgelesen. Aber bevor ich ins Detail gehe, machen wir mal unseren Retro-News-Flash. Ein genaues Release-Datum zu E.T., die Extraterrestrial, gibt es leider nicht. Ich weiß nur, im Dezember 1982, da hat sich allerdings auch gar nicht so viel getan. Am 13. Dezember 1982 erschüttete ein Erdbeben die arabische Halbinsel, bei der etwa 2.800 Menschen ums Leben kamen. Das Beben hatte die Stärke 6,0 auf der Richterskala. Und Ende Dezember kürte das Time Magazine den Computer zum Mann des Jahres. Warum auch immer. Und ein Kinostart. Am 9.12.1982 kam Tron, und zwar logischerweise 1982, das Original ins Kino mit Jeff Bridges und Bruce Boxleitner. Der arme E.T. wird ausgesetzt auf der Erde. Wenn ihr das Spiel startet, seht ihr, dass Airquotes Raumschiff in den Bildschirm fliegen und E.T. absetzen. Das Raumschiff sieht nicht wirklich aus wie ein Raumschiff, sondern eher wie ein rosa Aufzug. Und in dieses Raumschiff passt anscheinend auch nur E.T. E.T. hat nun die Aufgabe, drei Telefonteile zu sammeln. Was sonst? Um sich dann wieder abholen zu lassen. Es entspricht also nicht ganz der Handlung des Films, denn es sieht nicht wirklich aus, als wurde er versehentlich auf der Erde vergessen, sondern wahrscheinlich war E.T. eher frech, oder er hat vielleicht im Raumschiff einen fahren lassen, weswegen er abgesetzt wurde. Nicht nur Telefonteile, sondern auch Süßigkeiten können gesammelt werden, denn die bringen Lebenskraft, wenn sie gegessen werden. Was natürlich bei einem Videospiel nicht fehlen darf, sind Punkte. Punkte sammelt E.T. natürlich auch. Und zwar, indem er die Süßigkeiten, die er einsammelt, an Elliot abliefert. Anscheinend war Elliot gar nicht so lieb und nett, wie er in den Filmen dargestellt wird, sondern er war wohl eine kleine Mafiasau, die Schutzgeld in Form von Süßigkeiten eingetrieben hat. E.T. startet mit ganzen 9.999 Lebenspunkten. Allerdings dezimieren sich diese durch jede, und damit meine ich wirklich jede, Aktion. Es ist egal, was E.T. macht, sogar beim Laufen verliert unser offensichtlich unsportlicher Alien Lebenspunkte. Die Viren-Symbole, die ich schon angesprochen habe, in der pinken Leiste sind E.T.'s Superfähigkeiten, wie zum Beispiel teleportieren, Gegner nach Hause schicken und Süßigkeiten essen. Oh ja, besonders die letzte Superfähigkeit, das kann ich auch. Sollte ich mein T-Shirt damit drucken lassen. Apropos Gegner. Je nach Schwierigkeitsgrad wird E.T. von einem FBI-Agenten, der eher wie Ranger Smith aus Yogi Bear aussieht, und oder einem Wissenschaftler gejagt, oder im einfachsten Schwierigkeitsgrad von gar keinen. Der Agent der Fiesling nimmt uns unsere Telefonteile weg. Der Wissenschaftler verschleppt uns in ein Labor, welches aber praktischerweise in unmittelbarer Nachbarschaft vom FBI-Hauptquartier und von Eliants zu Hause ist. Augen auf beim Immobilienkauf. Aus dem streng bewachten Hochsicherheitslabor entkommt E.T., indem er einfach wieder heraus spaziert. Soviel zu den Grundlagen. Zumindest fast, denn es fehlt noch etwas. Und zwar, wo gibt's denn die Telefonteile? Diese Teile sind in den Löchern der Kraterlandschaft versteckt, welche aus unglaublichen vier Bildschirmen besteht. Achtung, passt auf, sonst verlauft ihr euch noch. Und wer kennt sie nicht? Die berühmten Kraterlandschaften der amerikanischen Vorstädte. Glücklicherweise hat E.T. auch eine Telefondetektorfähigkeit, durch welche angezeigt wird, in welchen der Löcher des aktuellen Bildschirms sich ein Telefonteil versteckt. Ja, außerirdische Technologie. Die hatten schon Anfang der 80er eine Find-My-Mobile-Funktion auf ihrer Smartwatch. Wandert man in einen Krater, wechselt E.T., die Extraterrestriale, was für ein Novum, von der Vogelperspektive in die Seitenansicht. Ist klar, nur in der Seitenansicht würde man sehen, dass man wirklich in ein Loch steckt. Dieses Loch ist übrigens keine Mulde, sondern wirklich ein Loch. Das heißt, rausspazieren ist nicht. Da E.T. allerdings weder springen noch klettern kann, stellt man sich jetzt unweigerlich die Frage, wie um Himmels Willen kommt man aus diesem Loch wieder raus? E.T. hat kein Fahrrad dabei, aber das macht nichts. Denn E.T. braucht gar kein Fahrrad. Er streckt einfach seinen Hals und schwebt ohne Hilfsmittel aus dem Loch. Theoretisch. Praktisch sieht es so aus, ihr werdet einige Versuche brauchen. Denn auch wenn ihr aus dem Loch schwebt und der Bildschirm wieder in die Vogelperspektive umschaltet, kann es gut sein, wenn ihr an einer falschen Stelle gestanden seid, dass ihr gleich wieder runterfällt. Tja, und so wandert ihr von Krater zu Krater, sammelt eure Telefonteile und dann müsst ihr natürlich nach Hause telefonieren. Das kann allerdings E.T. nur an einem bestimmten Punkt der Karte machen, wahrscheinlich, weil er auch nur dort Empfang hat. Nachdem E.T. seine Kollegen erfolgreich angerufen hat und sich wahrscheinlich entschuldigt hat und nie wieder seine flatulenzenfreien Lauf lässt, muss er wieder in den Wald, das ist der Anfangsbildschirm, laufen, den Landepunkt suchen und warten, bis er von der rosa TARDIS abgeholt wird und fertig. Eine Partie E.T. ist relativ kurz und der gegnerlose Spielmodus ist recht rasch durchgespielt und deswegen wird er relativ schnell langweilig. Der Spielmodus mit den beiden Gegnern ist dafür umso anspruchsvoller, aber trotzdem durchaus schaffbar. E.T. verliert zwar permanent Lebenspunkte, aber sollte E.T. temporär tot sein, spendiert uns Elliot nochmal 1500 Lebenspunkte. Erst wenn Elliot das dreimal gemacht hat, ist das Spiel endgültig vorbei. Wenn ihr Glück habt, findet ihr in einem der Löcher eine verweckte Blume, die ihr wiederbeleben könnt. Wenn ihr das macht, freut sich Elliot anscheinend über das nette Geschenk und reanimiert euch im Gegenzug ein viertes Mal. Sogar zwei Easter Eggs haben es in Spiel geschafft, denn sowohl JAR als auch Indiana Jones sind in E.T. The Extra Trestful vertreten. Viel Spaß beim Suchen. Die Grafik wirkt rudimentär, ist aber für die Zeit ganz okay. Manches ist aber trotzdem relativ schwer identifizierbar. Aber es ist ein Atari-Spiel aus 1982. Ich gebe drei von fünf Smartphones. Zum Sound. Der Sound ist eher, naja, da war wohl keine Zeit mehr, etwas Gutes rein zu programmieren. Bei gut im Zusammenhang mit E.T. Ihr wisst, was ich meine. Nicht wirklich fein. Ich gebe dir gerade mal eins von fünf Smartphones. Gesamt gesehen ist E.T. aber nicht so dramatisch schlecht, wie alle behaupten. Nicht falsch verstehen. Es ist kein wahnsinnig gutes Spiel. Aber es ist nun nicht wirklich unglaublich, unglaublich schlecht. Deswegen ist es mir trotzdem ganze drei von fünf Smartphones wert. Und zu guter Letzt der Time Warp. Oder auch nicht. Und warum? Weil ich E.T. ganz einfach früher nicht gespielt habe. Deswegen ersetze ich den Time Warp durch ein simples Fazit. Also kommen wir nun nicht zum Time Warp, sondern zum Fazit. Grundsätzlich ist E.T. The Extra Trestful keine Katastrophe vom biblischen Ausmaß, welche zu Recht in der Wüste verscharrt wurde. Es gibt natürlich bessere Spiele als E.T. Allerdings wurden meine Erwartungen, ein sagenhaft schlechtes Spiel zu testen und in meine Videospiele des Graunsammlung aufzunehmen, nicht erfüllt. Es gibt Unmengen schlechterer Spiele, welche den Hohn und den Spott, den E.T. ernten muss, eher verdient haben. Designentscheidungen wie die Kraterlandschaft zwischen Stadt und Wald oder der Schweben der E.T. sind zwar etwas seltsam, aber wahrscheinlich den kurzen Entwicklungszeitraum geschuldet. Ich habe schon bedenklichere Erzeugnisse menschlicher Intelligenz erlebt. Der einfachste Schwierigkeitsgrad hat den Wiederspielwert eines Rubbelloses. Aber dafür wollt ihr garantiert, wenn ihr einen schwierigeren Schwierigkeitsgrad spielt, noch eine Partie spielen. Mir hat es, ob dies mir glaubt oder nicht, Spaß gemacht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich E.T. nochmal spielen werde. Und warum? Weil ich es ganz einfach nicht auf mir sitzen lassen kann, dass ich den schweren Modus nicht geschafft habe. Das war's auch schon wieder für heute. Und solltet ihr euch mal wieder über den Online-Zwang bestimmter Spiele aufregen, denkt an E.T. Denn der wollte schon Anfang der Achtziger ständig nach Hause telefonieren. Bis bald. Baba. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Noch mehr freuen würde ich mich, wenn ihr den Podcast vielleicht Freunden weiterempfehlt. Wenn ihr Lust habt, besucht doch mal meinen Retro-Blog unter www.retropixels.at oder folgt mir auf Twitter atretropixels.at then dann thats dann